Einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu unserer wundervollen FreeJS Reihe. Heute geht es um eine drehbare Kamera, die in vielen Fällen natürlich auch im fertigen Spiel sinnvoll ist oder im fertigen Produkt. Das haben wir auch in den Demos gesehen. Man kann die Kamera teilweise wirklich frei drehen. Das ist auch sinnvoll so und ja, in manchen Fällen auch vor allem beim Debugging hilft. Also wenn ihr zum Beispiel irgendwie euch umschauen wollt, wie es steht eigentlich, wo ist welche Lampe und so weiter und so fort. Das ist natürlich dann auch sehr hilfreich. So und ja, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Es gibt nämlich eine kleine Bibliothek von JavaScript bzw. von FreeJS, die euch genau das tut. Und die können wir jetzt einfach hier verwenden. So, lasst uns direkt hier anfangen und zwar hier unten wollen wir nämlich direkt unter dem Document.GetElementById, wollen wir uns eine neue Variable erstellen. Und die nennen wir einfach mal Controls. Und Controls ist ein New3.OrbitControls. OrbitControls. Und das müssen wir gleich noch einbinden, sonst funktioniert das ganze Ding nicht. Das frisst die Kamera und den Renderer.DomElement. So und anschließend müssen wir diese Controls natürlich auch noch updaten, damit die nicht nur einmal geladen werden, sondern auch wirklich dauerhaft geladen werden. Und das machen wir hier unten, indem wir hier einfach Controls reingeben. So und ja, natürlich müssen wir jetzt hier in die Update-Funktion rein und anschließend hier Controls als Parameter übergeben. Hier unten dann tatsächlich auch sagen, hey bitte update doch mal die Controls, das solltest du tun. Und hier müssen wir sie natürlich auch noch wieder als Parameter übergeben, sonst werden sie einmal nicht übergeben. So und schon funktioniert das ganze. Wenn wir jetzt allerdings hier das neu laden, passiert immer noch rein gar nichts. Ich kann nichts tun, ich bin hier absolut aufgeschmissen. Und deswegen müssen wir hier mal ganz kurz in die Index zurückgehen und hier wirklich eine neue Bibliothek runterladen. So dazu nochmal, also erstmal, ja wir müssen bevor wir hier was eintragen, müssen wir es natürlich erstmal runterladen. Und wir finden die Bibliothek hier auf dem GitHub unter Examples, was ich persönlich nicht ganz so einleuchtend fand. Aber ja, wir klauen uns das quasi hier einfach, warum sollten wir das selber schreiben, wenn es hier schon was Perfektes dazu gibt. Und dann unter JS, also JavaScript und hier finden wir einige coole Sachen. Aber ja, in unserem Fall brauchen wir hier die Controls. So und die Controls, da gibt es natürlich noch weitere, also zum Beispiel auch First-Person-Controls, die könnt ihr euch hier auch runterladen und dann verwenden. Aber in unserem Fall wollen wir natürlich die Orbit-Controls haben. So, die Orbit-Controls sind genau das, sie, naja, verwenden halt Controls, also quasi so, dass wir das Ganze auch verwenden können. So, wir klicken jetzt hier mal auf RAW und kopieren uns das alles. Und ja, ich weiß, es geht einfacher, wenn wir das so wollen, aber so können wir das auch sehr einfach machen eigentlich. Und dann gehen wir hier auf die Lib, sagen hier New File und sagen hier Orbit-Controls.js. Wir fügen hier alles ein, was wir haben und speichern uns das Ganze und jetzt ist das in unserer Lib drin. Jetzt können wir das hier einbinden, quasi im Endeffekt genau gleich wie das hier. Und statt Free.js sagen wir hier natürlich Orbit-Controls.js. So und ja, jetzt, da haben wir eigentlich soweit alles eingebunden. Jetzt lasst uns da wieder rüber switchen und zwar hier rüber zu Free.js. Und ja, wir sehen, wir können jetzt hier hin und her fahren mit unserer Maus. Wenn es bei euch nicht funktionieren sollte, bitte ein Deep Reload durchführen, also hier STRG F5. Dann wird wirklich alles neu geladen. Und ja, jetzt können wir hier, wenn wir beide Maustasten gedrückt halten, können wir quasi in der Szene hin und her fahren. Wenn wir hier mit dem Mausrad scrollen, dann scrollen wir einfach ganz normal. Wenn wir die linke Maus drücken, dann können wir hin und her rotieren. Und hier sehen wir auch direkt einige interessante Sachen. Ah, und übrigens, rechte Maustaste reicht zum hin und her fahren. Wobei, ja, mit der linken können wir dann natürlich auch noch uns drehen und so weiter und so fort. Genau, also ja, wir sehen hier einige interessante Sachen direkt. Wir können jetzt plötzlich auch auf die Seiten zugreifen, die natürlich schwarz sind. Wir können auch auf die Seiten zugreifen, die vielleicht gut beleuchtet sind. Und ja, wir sehen dann direkt die Lichtquellen oder die Lichtpunkte, wo die eigentlich herkommen. Wir sehen eigentlich alles super gut. Gut, und der Punkt ist natürlich, unsere Kamera verändert sich die ganze Zeit, je nachdem, wie wir das Ganze machen. Und interessant ist es vor allem, weil eigentlich alles von diesen Orbit-Controls offen ist. Also hier sehen wir diese 3.Orbit-Controls, ja. Das ist im Endeffekt eine Function und hier können wir quasi uns den kompletten Code durchlesen. Der ist auch super dokumentiert. Das heißt, ihr könnt da absolut alles verändern, was ihr wollt. Das ist im Endeffekt ganz normales JavaScript. Und ja, natürlich werden wir noch dann eben dafür suchen oder ein Tutorial dazu machen, wie man mit einzelnen Maus- oder Keyboard-Eingaben speziell umgeht. Aber hier haben wir im Endeffekt die komplette Mathematik hintendran eigentlich soweit für uns erledigt. Und wir müssen uns darum nicht mehr kümmern. Das ist eigentlich sehr, sehr angenehm. Deswegen würde ich euch, bevor ihr sowas selber schreibt, immer empfehlen, mal zu gucken. Gibt es hier vielleicht schon eine Library, die das für euch erledigt. Wie zum Beispiel auch die Fly-Controls oder die First-Person-Controls, die dann im Endeffekt genau so sind. So, ja, wie gesagt, als kleine Übung würde ich euch die First-Person-Controls hier mal empfehlen. Die sind super. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.